Ja und damit herzlich willkommen Freunde zu einer neuen Folge World of Pet Battle. Heute werden wir mal uns auf die Jagd nach den letzten drei Viecherchen machen. Und auch generell ein bisschen in der Grand eventuell schauen, wo wir noch ein paar Rares finden, die eventuell Haustiere ausspucken können. Weil ich habe jetzt mal geguckt, Moment, in der Grand gibt es lediglich nur noch ein Tier, was wir fangen können. Und das ist der hier, diese kümmerliche Lederhaut. Und ansonsten gibt es nur noch diese drei hier zu finden und die werden jeweils aus irgendwelchen, kann man bei irgendwelchen Mobs halt rausziehen. Rare Mobs. Und ansonsten haben wir eigentlich in Draenor nicht mehr viel verloren. Uns fehlen dann nur noch zwei Motten, die müssen wir im Gorgron fangen. Da werden wir uns dann auch noch hinbegeben. Das heißt jetzt die heutige und morgige Folge wird dann eher wirklich darauf spezialisiert sein, dass wir das vollkriegen. Dass wir quasi Draenor abschließen können. Moment, sammeln. Ich zeige euch mal kurz den Überblick. In Draenor fehlen uns lediglich jetzt nur noch diese drei. Und was mich immer noch ärgert an Kalimdor, da werden wir vielleicht auch nochmal einen Abstecher hinmachen, fehlt mir immer noch dieses scheiß Siletid-Junges. Das liegt daran, dass ich einfach kein Glück habe mit dem blöden Wüstensturm. Weil das Vieh kommt ja nur raus, wenn ein Wüstensturm ist. Und bisher habe ich noch keinen Wüstensturm da gehabt. Und ich habe da schon teilweise stimmelang gekämmt. Das ist mich ein bisschen angekotzt, muss ich ehrlich sagen. Sind wir gleich da? Schadrat. Schönes Städtchen. Schau, dass es in der Schein wird nicht mehr so aussieht. So, na gerannt, da sind wir. Die kümmerliche Lederhaut, ich denke mal, die wird jetzt nicht so das Problem werden. Das Problem wird eher werden, wenn ich dann mal noch gucke. Aber es müsste eigentlich rein theoretisch mir die eventuell noch angezeigt werden. Der, der schreckliche Was soll das aus hier? Kampf. Nee, werden mir tatsächlich nicht angezeigt. Das heißt, die Rare Mobs müssen wir so suchen gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die in der nördlichen oder in der südlichen Gegend zu finden sind. Ich habe ja so Vermutungen. Aber die kümmerliche Lederhaut gibt es tatsächlich auch nicht oft. Aber die sind tatsächlich in der Nähe. Am Arsch gibt es die nicht oft. Da ist sie doch schon. Ich lüge. Ich lüge. Den ganzen Tag. Der läuft schön brav da. Komm mal her, mein kleiner. Was? Was? Das Objekt der Begierde, eine blaue Ratte, würde es auch noch geben. Aber was soll ich zur Hölle mit einer Ratte? Das ist mir ehrlich. So, ich möchte ich ja nicht umbringen. Deswegen, aber du hast ganz schön viele Lebenspunkte. Okay. Das wird reichen. Komm zu Papa. Komm zu Mama. Ja. Falsches Geschlecht gesagt. Tut mir leid. So, dann du. Krötchen. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Kampf gegen die Lederhaut, wenn wir vielleicht noch was Besseres kriegen könnten, alter. Mein. Die 23 Dinger, ne. Wäre ich hier die Hetze jetzt nicht, aber auch noch wegkloppen können. Aber dafür können wir die Ratte jetzt gleich wieder zermalben, mal voll wegfetzen. Hoffe ich. Oder die Ratte wird uns gleich wegfetzen. Das kann natürlich auch passieren. So, jetzt gib ihn. Hm. 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 So, wie ich das sehen. So, jetzt hab ich das noch ein. Na, war gar klar. Na, war ja, war ja, war ja, war ja, war ja so ein klar. Nehmen wir mal dich. Ja, ich hab übrigens den Kern- und Weltmurier drin. Die brauchst nicht vorhin, als ich meine Dailies gemacht habe hier. Äh, Battle Dailies. Also, in meiner Menagerie. So, und damit haben wir den. Der wurde mir jetzt gut geschrieben, oder? Weil der wird mir gerade nicht angezeigt. Das ist jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Ja, oder? Okidoki. Mal beleben. So, dann werden wir mal eine kleine Rundreise machen. Und mal schauen, wo wir eventuell den dann finden könnten. Ich hätte eher gedacht, dass wir hier, ne, hier so in dem Bereich suchen gehen. Wir können auch fliegen. Das ist, glaub ich, angenehmer. Und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie die Rare Mobs jetzt aussehen. Ja, komm da hin. Zum Aussichtspunkt. Ich weiß auch gar nicht, wie die Rare Mobs aussehen. Ob die halt aussehen wie die Haustiere halt, ne. Weiß ich ja nicht. Vielleicht haben wir Glück und finden eins. Und sonst werden wir uns danach nach Gorgond begeben. Und, äh, ein wenig dort sammeln. Oder es könnte natürlich auch hier oben sein. Auf dem Übungsgelände oder hier. Zerstangen an, äh, irgendwo. Da gab es mehrere Möglichkeiten, ne. Oder war gerade ein Rare. Aber das war, glaub ich, der komische Vogel. Oder das Talbuk. Oh, hier gibt's so'n Schatz. Werd natürlich auch wieder ein paar Schätze mitnehmen, wenn mir sowas entgegenflattert. Hi, hi. Guck'n, was das ist. Ähm, oder ob das wieder oben irgendwo ein Baum hängt. Nein, ich glaube, das ist das. Nee, so nicht. Geil. Was? Gleiterpilote und Drang. Gleiter, Leiter, 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 Dampfdruckkartell. Okay. Mhm. Ist wieder irgendwas winziges. Das kommt auch gerne mal vor. Dass die Sachen sehr winzig sind, die man hier sammeln kann. Oder es hängt im Baum. Ja, das wird wahrscheinlich im Baum hängen, weil der Stamm schon so komisch aussieht. Da oben ist ein Gleiter. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie raufkommen. Upmountain. So. Ähm, nein, hier nicht. Mhm. Damit kommen wir hier hin. Das bringt uns reichlich wenig. Oder bin ich einfach nur blind und sehe das hier unten nicht. Hätte gedacht, dass es was mit ihn hier zu tun hat. Aber hundertprozentig wird das wieder am Baum hängen. Oh, das ist eine Blutspur. Vielleicht muss man der auch folgen. Nee, das ist keine Blutspur. Das sind einfach nur die Optik des Baums. Aber ich komme da auch nicht hoch. Ohne weiteres. Bestimmt neben seinem Gleiter da irgendwo. Na, fängt ja gut an mit den Schätzen. Hier ist nichts versteckt, oder? Goblenbündel. Hm, nee, ich sehe hier nichts. Auf jeden Fall. Boah, so ist das irgendwie... Oh, seine Leiche versteckt. Nö. Nö, finde ich nicht. Okay. Will mich auch nicht zu lange damit aufhalten. Trümmer der Genda. Was? Boah, auch im Baum? Nee. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Nee, ich habe sie voll. Da siehst du mal, wie sinnlos die Scheiße ist. So, okay. Ähm, ich hätte jetzt hier rundherum bei den Dingen vermutet, dass eventuell da der Rare... Oh, der will mich auch umbringen. Der will mich auch umbringen. Oh, der will mich auch umbringen. Okay, aber ich will das da haben. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nämlich... Schau mal drauf. So, den nehm ich noch mit. Schön. Na klar. Kann ich noch nicht tun. Das Gesicht ich vor den Kindern umgelegen. Okay, ich kann es noch nicht bewegen. Toll. Meine Fresse. Das legt immer noch auf. Noch nicht vor Ort. Das ist auch noch an der Backe. Ich bin außer Reichweite. So, haben wir es jetzt. Super. Ähm... Was war denn dein Schlammhüpfer? Oh, ich habe übrigens Post bekommen. Von wen? Schlammhüpfer. Was waren die Frösche? Ich muss irgendwie da hoch. Mittels ohne Kampf, bitte. Meine Güte. Nein. Ich renne weg. Weg. Da bin ich hin. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Gelten die trotzdem als eingesammelt? Die gelten trotzdem als eingesammelt. So, jetzt ist die Frage. Könnte da drin ein Rare rumspuken? Oder sollte ich vielleicht nochmal in den dunklen Wald, der da vorne noch eigentlich lauert, gucken? Ich bin mir unsicher. Auf der Insel könnte ich mir auch noch gut einen vorstellen. Hier sind Orks. Ich glaube, das Ding hat irgendwo noch einen Eingang. War das nicht? Da drin ist noch irgendwas, aber das wird wahrscheinlich auch nur Mumpet sein. Wo könnten die rumspuken? Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt nochmal mein Glück auf der Insel da drüben versuchen. Der hier. Weil da gibt es Geister und Tote. Vielleicht auch einen der drei. Ich kann mir auch vorstellen, dass die gut abgefarmt werden. Halt wegen den Haustieren. Weil ich glaube, die bringen nicht gerade schlecht Gold im Aha. Ich meine, ich habe die da schon gesehen. Ziemlich teuer sogar. Ansonsten geht es gleich schnurstracks zurück auf Indigani und von da aus dann weiter. Jo, da ist eine Insel mit Geistern. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da eine Rare finden eventuell. Mit etwas Glück. Könnte ja hier einer rumchillen. Nur keinen Bock jetzt die ganzen Geister wieder auf mich zu ziehen. War ja klar. Könnte der da drin sein eventuell? Ne. Nie, nie. Da ist noch einer. Muga. Mugra. Ich glaube, das ist einer von denen. Dann mal hin da. Was? Meine Güter. Puck. Ob du. Scheiße. Okay, ist noch keiner von denen. Egal, das Prinzip. Richtig gefunden habe. Noch nicht bereit. Oh, scheiße. Der Eter ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Das ist zu weit im Fall. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Was ist da los? Kann ich noch nicht werfen. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Noch nicht bereit. Da gibt's hier keinen Entfasskampf. Ich dachte, ich kann ihn mal schnell wegschneiden. Und dabei ist er schwer. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Er ist nicht bereit. Er hat echt eine Menge Dings... Kann ich noch nicht werfen. Kann ich noch nicht werfen. Okay, ich sollte mal mehr heilen. Jetzt wird's hart. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Au. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Das lädt immer noch auf. Vielleicht kann man ihn in der Verteidigung beeinflussen. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ja. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht tun. Das ist schön. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich versuche mal umzubrezelen. Wenn meine Runen mal mitspielen würden. Danke. Kann ich noch nicht tun. Aber immer noch nebenbei mal ein bisschen... Kann ich noch nicht werfen. Noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich krieg den. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht werfen. Gleich haben wir ihn. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich brauche ein Ziel. Und er starb. So. Wow. Das Dampfdruckkartell hatte sicherlich Interesse daran. Ja. Das ist ja... Schön für das Dampfdruckkartell. Äh. Ich bin im Kampf. Dampfdruckkartell. Was? Was hat mich denn hier? Irgendeine Moräne, die ich wieder nicht sehe. Strange. Was machen wir jetzt? Ich würde immer gerne an Land erstmal wieder. Wir sind noch gleich in der Nähe vom Dampfdruckkartell. Dann werde ich das mal kurz schnell abgeben gehen. Wenn ich das jetzt hier schon so habe. Kann man ja mal machen. Äh. Org-Patrouille. Böse Raptoren. Hier ist irgendwie alles glaube ich Elite. Alles nicht gerade schön. Hier nicht alles. Ich sehe, dass ich die mal ein bisschen vorauslaufen. Ach, die sind gar nicht Elite. Deshalb bin ich. Raptoren. Okay. Dampfdruckkartell. Das müsste da vorne in den Trümmer-Tomen rumhängen. Oder? Ja, ich hoffe. I hope so. Ich weiß, voll vom Thema eigentlich abgekommen. Hier war mit Pet Battle. Aber ich wollte halt ein paar Rear-Mobs eigentlich suchen. Aber naja, hat nicht so gut geklappt. War nicht hier das Dampfdruckkartell? Oder bin ich? Jawohl. Mal gucken, was ich hier alles abgeben kann. Ja. Ich muss ja meinen Ruf hier noch irgendwie so mal hochkriegen. Okay. Schön, dass ich helfen konnte. Erledigt. Davon haben wir noch nicht. Falls ihr je was braucht. Was liegt an? Äh, wir haben... Ne, das war er nicht. Bleibt gut drauf. Jau. Mugras Kopf. Es ist schön, dass ich helfen konnte. Das wird jetzt ordentlich Dings gebracht. 550. Naja, gut. Alles klar. Na denn, machen wir mal ein Abjagen. Boah. Echt schlimm, oder? Aber wenn mich dann mal irgendwie Interesse gepackt hat und irgendwas, was man nebenbei machen kann, dann mache ich das irgendwie alles mit. Okay. Ich sehe auch gerade von der Zeit her, das ist schon echt scheiße. Ich habe das ein wenig alles verschwendet. Aber gut, wir haben eine Grand komplett. Zumindest jetzt schon mal. Was ja schon mal gut ist. Nun, wenn wir mal hoch... Werde ich mal noch... Also ich werde das aufs Green fliegen und dann werden wir in der nächsten Folge... Hier oben... Warte mal, wir machen mal da. Eisendogs muss ich auch. Wenn wir dann da auf jeden Fall weitermachen. Tut mir leid, dass es ein bisschen aus dem Ruder geraten ist zum Thema Pet Battle. Aber ich habe eigentlich auch eher nach den Rares noch gesucht. Weil ich dann doch hätte gerne in der Grand noch ein paar Sachen gehabt, aber war nicht. Naja, gut. Jetzt versuchen wir uns noch die Holzwespe und die Bernstachelwespe zu krallen. Und ich hoffe, das klappt jetzt auch ohne Probleme. Wo haben wir eigentlich die Holzwespe? In Gorgrond, ja. Alles klar. Dann steht unser nächstes Ziel fest. Was habe ich das noch falsch geschrieben? Ach, Gor. Ich habe ein R vergessen. So, Bernstachelwespe, Holzwespe, die krallen wir uns dann beim nächsten Mal, Freunde. Und wir sehen uns dann wieder. Bye, bye.